Eine Insel mit zwei Bergen und im tiefen weiten Meer Mit viel Tunnels und Geleisen und dem Eisenbahnverkehr Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland Eine Insel mit zwei Bergen und dem Fotoatelier In den letzten macht man Bilder auf den ersten Dulli-Lieu Diese Breiten, diese Tiefen, diese Höhen sind bekannt Und dann zu mir Ich bin schon ein garas, ich glaube, ein générale Ich bin meist mir nicht nur die Dieben Ich bin bei denen die Fluss Das war's für heute. Vielen Dank. Kaffee Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Klappt auch die Verbindung schon. Hallo, hier ist falsch verbunden. Wollen Sie sich jetzt beschweren? Nein, Haro, das kann passieren. Also dann, auf Wiederhören. Eine Insel mit zwei Bergen und der Laden von Frau Waas, Husten, Bonbons, alles Kleber, Regenschirme, Leberkas, Körbe, Hüte, Lampen, Bürste, Blumenkohl und Fensterglas, Lederhosen, Kuckuckshuh und noch dies und dann noch das. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ja, das ist 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 ja. Bis zum nächsten Mal.